Hallo meine liebe Freunde und willkommen zurück zu Minecraft. Ja, ähm, ich weiß gar nicht, was ich jetzt zuerst machen soll, ob ich den Weg dahinten mal fertig machen soll, oder, ähm, hier die Bücher wieder, Moment, wo bin ich denn jetzt drauf gekommen? Wo bin ich denn jetzt drauf gekommen? Hä? Ich hätte nicht verstanden, wie das jetzt sein kann. Na egal. Ähm, oh mein Gott. Los. Der war hier drin. Der Schlingel. Das ist unglaublich. Guck mal, jetzt liegen sie hier rum. Jetzt backt das wieder. Whatever. Wenn einer weiß, wie man gut Kies farmen kann, beziehungsweise wo man das, äh, oh, ne, geht unter. Moment, da war was anders. Schlaf nicht schnell. Wie man, ähm, wo man Kies herbekommt, ob es einen Kies-Generator gibt. Dann können wir nämlich hier so Straßen bauen, alles. Das wäre eigentlich richtig geil. Also bitte in die Kommentare schreiben, was ihr darüber wisst. Von wegen, ähm, Kies, ne? Kies ist gut. Dollar Kies. Bangarang. No way. Bangarang. No way. Ich wüsste doch gar nicht, wo ich den jetzt finden soll. Klar, unter der Erde, aber... Where? Where is here? Guck, hier finde ich nämlich jetzt hier nur... ...Haufencode. Ich wüsste jetzt nicht, wo ich die herkriegen soll, das ist die Schnelle. Aber ich will es. Ich will es unbedingt. Ne? Ja. So. Ihr fetten Dinger hier. Was haben wir denn hier? Schön. Musst du bemerken. Toller Platz. Ähm... Wo... ...können wir jetzt ganz schnell Kies herkriegen. Dammit. Dammit. Hier ist irgendwo Lava. Fuck. Ich... ...und hab ich schon noch einen Cobblestone noch nicht. Ne? Also ging ich diese Straße lang und die Straße führte dir, als du am letzten Abend sagst... Oh, da ist Kies. Oh mein Gott. Fuck, warum plant der immer zwei? Ich kann mal ganz viel Kies farmen. Wir haben ja noch einen Dinger in den Bund. Richtig geil jetzt hier. Ups. Moment mal, Freunde. Das hab ich jetzt gemacht und jetzt können wir gleich weiter lesion. Äh, los lesion. Äh, weitermachen. ...mit hier Gies, ey. ...an den Mann bringen. Jetzt denken sie sich an den Kies bringen. So. So. Wie viel Kies haben wir jetzt? Na gut. Das hat sich schon mal gelohnt. Ein bisschen. Oh, zumindest. Oha. Okay, das hat sich echt gelohnt. Okay. Geh mal schnell Kies fahren. Aber trotzdem, wenn einer noch weiß, wie man schneller Kies kriegt, außer so. Das war jetzt auch schon schnell, ne? Aber wenn einer weiß, wie man das schneller kriegt. Ich bin ja einfach ein schneller. Schneller Vogel. Einfach mal in den Kommentaren below. Enjoy. Oh mein Gott. Okay, der kommt nicht durch. Das will ich auch. Also flog ich diese Straße lang. Die Straße führt zu dir. Wo könnten wir jetzt noch ein bisschen lang gehen, damit wir noch ein bisschen Kies kriegen, ne bisschen. Oh, wir haben schon... Wow, da hab ich gleich gesehen. Maschloch. Eisen. Über Eisen. Pssst. Ich nehme das Eisen jetzt wieder mit, weil wir sind jetzt wieder knapp. Mit Eisen. Eigentlich nicht, aber egal. Ähm. Aber ich will jetzt Eisen haben. Weil ich will, ich will, ich will. Ähm. So, 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 so. Ich brauche noch ein paar Stöckles. Dieser scheiß Samen. Geh weg. So. 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 Glaub ich genau da rein, natürlich. Aber nicht, wenn man es klug anstellt. Super. 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 Ich wollte eigentlich heute gar nicht in die Höhle gehen. Jetzt bin ich doch in einer. This is fucking prepare. Das war's auch schon. Wend mal, Freunde. So, weiter geht's hier, Freunde. So, da ist das kleine Viehäck. Oh, das ging jetzt schnell. Ich wünsche, die würden auch Leder droppen. Die haben ja so eine Lederhaut. Wisst ihr? Ist ja eigentlich ins Kurs. Nein. Nein, nein. Ja, Mann. Also, geh nicht an dem Affen lang. Oder am Tag. I'm gonna make a fat. Okay, dann gehen wir auch schnell wieder zurück. Kann man auch vielleicht noch was mit dem Kies machen. Beziehungsweise ist es ein bisle. Ein bisle. Okay. 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 Und dann gehen wir erst mal in die Bahn. A3 sieht ganz gut aus, ne? Oder am 3er Weg. Ich würde den Angst hinschreiben. Zack, 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 zack. Und ob das genau hinkommt? Naja. Ist ja scheiße. Beziehungsweise ich wollte ja direkt 3 haben. Bangarang. Ich hab so das Gefühl, dass ich mal irgendwie ein bisschen Kies übrig halbe. Oder? Ne, doch nicht. Ich muss sogar noch dranlegen, oder? Ne, doch nicht. Sieht schon mal ganz cool aus. Cool. Ich stelle das hier oben noch nicht mehr. So. Freunde. Jetzt haben wir hier noch ein Lämpchen. Ist doch der Weg. Eigentlich ziemlich gut bis soweit. Gut soweit. Gehen wir hier noch lang. Oh, das ist noch richtig weiter weg. Oh, check, speed, shit. Schnell gucken, ob ich da jetzt gewinne. Oh, ja. Oh, ja. Aber geil, Lidu. Dreckt ein neues Event anfangen. Was nehme ich denn? Was nehme ich denn? Ich nehme das hier. Genau. Und wieder ab ins Game und weitermachen. Alter, machen wie das duftet. So. Oh Gott, das blödt hier alles gerade so. So ein Sonnen... Von draußen scheint die Sonne herein. Wunderbar, wie wunderbar. Flintenstil Habe ich das unter Dropsnails? Das kann ich nicht sehen Mineralien, manchmal Feuerstein Ich weiß gar nicht, ob ich das Ob man das darunter zählen kann Kies habe ich noch 22 Was hab ich verrecklich? Ich hab äh Braucht bald eine eigene Kiste voller Dreck Also wenn ihr was Dreck wollt Kommt einfach zu mir in die Welt Und äh Dann geb ich euch ein bisschen Aber noch ein bisschen Zack Zack Oder jetzt grad lässt bei mir diese Wow Komm du nur hoch BANGERANG So wird das gemacht Heiß Und ein Spawn Monster Das heißt das genau da Ja hier Hier in der Ecke Jetzt dürften wir keine Monster spawnen So Aber hier dürfen wir jetzt wieder Monster spawnen So jetzt dürften wir auch keine Monster spawnen So jetzt dürften wir auch keine Monster spawnen So jetzt dürften wir auch keine Monster spawnen Herrlich wunderbar Ich hab wieder keine Pfeile mehr Ah ich hätte genau drei Pfeile, ist ja super Ähm Glasflaschen kann ich hier mal wieder machen Ich will es bauen So ein Creeper, der guckt mich dann die ganze Zeit an Das war ja lustig irgendwie So Ähm Ich brauche Schafe Die nur schmieren 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 Ich hab die EP bekommen Bald können wir wieder verzaubern Aber wir müssen ja unser Verzauberungs sicher neu haben Sie sieht das nicht toll aus der Weg Zack Da freut sich jeder Abrufbesitzer Ähm Zu diesem Abschluss ist es wundervoll und tages hier Mit Warum ist hier Kies? Wofür denn der Weg hin? Wir können die so misst es da überleben Oder hat er da jetzt dagegen Egal Der ist ja eh in seinem Garten Abschluss dieses wundervoll und tages gehen wir jetzt nur einmal hier hoch Und wenn du rutsche Und rutsche Ja was auch sonst ne Oh lol Oh lol Geh ich denn lang? Fuck Oh Gott Oh Gott Das ist doch krass Ähm Ähm So 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 Und so 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 Jetzt mal aus eine fackel für dorfowler zu wollen wenn ich diese Partie und dann sehen wir uns im nächsten Tag morgen und für morgen schon was ganz besonders an Frauen dann sehen wir uns im nächsten Part, bis dann Freunde tsch 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 ciao